wenn auch sein hallo schön dass ihr wieder mit eingestanden hat zu einer nächsten runde von battlefield 4 wieder mit dabei das marion und der cooli hallo und ich hab dir doch gesagt du sollst mich elfrede nennen aber kugel die gelingt doch viel besser wo spawne ich denn ich spawne mal mit bei euch dahin ach du bist squad leader awesome oh nein kann ich das bitte wechseln kannst du machen in den teamoptionen sofort bitte da geht es mal wenn ich bei jedes mal wenn ich ja ich kann nicht ausschließen ich kann kugel die auch kannst du mich markieren und irgendwie dann das übergeben jeder steht nur ausschließen oder privat da ist ein panzer rechts machen wir den c4 an quad leader bewertung gingko lp akzeptiert nein akzeptiert mich nicht hallo seid ihr verrückt ihr werdet alle sterben ich weiß nicht das geht nicht so scheiße gut dann müssen wir uns schnell den neuen panzer holen oh mein gott oh mein gott oh mein gott das sind sie ja schon das werden wir sowas von nicht schaffen ich hab's gewusst ich hab ihn verwirrt ja war da keiner gut dass er keine sekundärwaffe hat anscheinend ist er noch mal hier das ausgestiegen das ausgestiegen ist nicht ausgestiegen grüße dich hola sind wir jetzt schon zu vier super hat jemand schön bestanden heute das wissen wir noch nicht was hast du für eine hässliche camo fragt ob du es noch nicht mitgekriegt hast hier spike spielt wieder mit ja ja hab ich schon gesehen das war total falsch formuliert ich wollte sagen wir spielen wir dürfen alle bei spike mitspielen da bist du bescheuert nur weil ich ja dieser scheiß blöde squad leader bin ja oder kriegst du squad leider nicht weg ist ja ein bisschen peinlich jetzt ne ich markiere euch mal ein ziel ja irgendwo ein heli ist hier so ist das bitte angreifen ja wir sind schon dabei steht da drunter ich möchte da oben käme mit infis links über uns ich leider auch nicht auch ich treffe den den heli wenigstens wissen sind die auf dem dach da oben genau da wo du hinkommst genau da kann ich jetzt beobachten wie du stirbst nein aber dann schießt jemand auf dich die links sind ja auch ein füß gibt stoff hier steht über jemand rum ich fahr gleich mal weiter ja halt stopp 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 jetzt kann es weiter machen noch besucht so und jetzt bitte sehr unter uns ist ein infi den hole ich mir schnell du müsstest trotzdem machen nein irgendwas schießt auf mich oh mein gott oh mein gott und ein von ihnen von c prozent wie von c oben die unten glaube ich ich habe es nicht ganz gut ist da unten ich guck grad noch mal ne da ist aber keiner jetzt gerade ist gerade weiter drinnen also die schiss haben sich so eingeführt wie von da unten puch ich stehe noch neben dir ich stehe noch neben dir ich stehe noch neben dir D wird wieder eingegriffen aber wir haben noch nicht mal unsere homebases A B C D sollten wir uns vielleicht erstmal darum kümmern ich bin ja gleich da ja ich geh zu C ist mit dem Panzerhänden ein bisschen schlecht ich komme nicht in den Fahrstuhl rein hier kriegst du alles rum ja Heli, Panzer der Heli kriegst du lahmarschig den habe ich leider nicht getroffen und zweimal neben vorbeigeschossen blöse wie jetzt da ist los ganz spannendes Punkt einnehmen hier gerade Achtung, Einsatzstil Charlie wurde erobert ja guck mal das Pausenquot raus gut A haben wir immer noch nicht warum der Panzer von A nimmt aber A nicht rein das ist irgendwas mit Dhani, noch etwas Ragen 4 ok, der hat glaube ich das mit dem Objekt des Spiels noch nicht so verinnerlicht oh ja, Panzer Double Team der misst ja ab danke also ich hab für mich die ganze Zeit C im Fliegel, jetzt habe ich das immer du bist schon am Leben? ne, aber ich hab den Ladebeziehung da du hast C im Fliegel, siehst keinen oh jetzt, kaum beschwert man sich schon so was braucht ihr denn du kannst bei mir einsteigen ja jetzt irgendwas, es ist viel vor Ort er hat mich gekillt, nein Mensch, ich hab Vorfahrt, was soll denn? die kommen jetzt alle zu C, gell? oh warte, dann machen wir C kaputt Hase und Igel kommen jetzt zu C gelaufen denn Hase und Igel haben mich gerade gekillt machen wir C kaputt da ist ja ein Heli da ist ja ein Heli mach sie kaputt na, daneben ist auch vorbei da 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 Hase und Igel Hase und Igel wo bist du? da ist der Marion ich hab nun feinlich gerade auf die Gehschützen ich schieße auf die Pfeiler, ja sehr schön ich hoffe, die campen alle da oben und werden jetzt gleich alle sowas von sterben dann dauert ein ich hab keine Ahnung das dauert eine Weile du musst erst die ganzen Fälle abschließen, ne? oh warte, 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 lass es mal kurz wir haben noch C, wir haben noch C, wir haben noch C das war zu spät jetzt ich hab nicht Kontakt für den feindlichen Heli ne, ne, wir müssen halten, oder? da oben ist ein Heli Heli Au, au, au ist markiert ist markiert ja er hat direkt gewonnen ah, rück, rück, rück warte, warte, warte ich fahr weg ah, okay jetzt kommt er wieder er ist zurück, glaube ich stell das blöd Ding auf er ist hoch, mein auf jetzt schießt er auf mich ich hab ne feindlichen Heli ich hab ne feindlichen Heli mach C da oben mach C da oben ich seh die Leitung nicht von mir oben das ist zu hoch ah, C ist schon weg ich glaub, das sind die falschen Pfeiler übrigens und der Heli kommt glaub ich vom Ray? ne, du musst, ach so, die vorne hier musst du ein ach so, der Heli ist gar nicht mehr da ich hab's nicht Kontakt zu einem feindlichen Mobil schützen nördlich deiner aktuellen Stellung neuer Heli, über D über D über D was ist denn der Spike überhaupt nach da hinten, alles klar ok, den Heli hast zerlegt, den haben die Gegner bloß genutzt, um auf das Dach zu kommen ok, ich brauche mal zu D rein und ich nehme mal die Punkte mit jup ich versuch mal bei C aufs Dach zu kommen wollt ihr's nicht runterhauen, das Haus, oder was? ne, erst ach so, naja wenn ihr's macht, sagt bitte vorher Bescheid oh, da war's da kommt's von da kommt's von da kommt's von da kommt's von da kommt's da ist hinter uns da ist hinter uns ja, bin ich wo hinter mach uns mal voll cool jetzt treffe ich den Weg nicht reicht schon, danke wir werden markiert oh nein, ich höre auf dem Dach war das jetzt gerade ich hätte jetzt echt einsteigen sollen, wenn ich's gesagt hast da hinten auf dem Dach ich bin wieder da ich bin jetzt auf dem Minimap also ich hab C im Blick ich hab den feindlichen Scharfschützen östlich deiner Position gesichtet kugelt ihr hier? jo ich hab den feindlichen Salgarten in eurem Reichen nicht mehr ja, ich hab die im Haus vor uns ach ne, auf dem Dach ist das also wenn ihr C daumen macht, da sind echt viele, ne? ja aber die werden gerade alle von uns gefehlt okay das ist nicht deine aktuellen Position was ist denn das für eine Scheiße? die kommt dann, teilen die weg stell mir mal ein bisschen aufbauen wir sind immer noch welche auf dem Dach leider hm, muss mal gucken ob du so hochgucken kannst ja, wenn sie sich direkt vorne in die Kante stellen, könnte ich so treffen, aber ja 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 irgendwas beschießt mich hier ja 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 das müssten hier die vorderen da zum großen Tower sein ja die vorderen ja da knickt er dann nach vorne ein die zum Meer schauen das sind vier Stück Die hinteren quasi, von uns aus gesehen gerade. Ah, ja, genau. Nein! Ach, was ist der Weg? Der Weg ist endlich nicht für Panzer gemacht hier. Ach, wirklich? Und hier, ne? Ein Soldat wurde gar nicht verbreitet. Was doof ist, wenn das Haus schon umfällt und wir sind noch hier. Ich glaube, das überlebt auch der Panzer nicht. Wie campen die denn mit alle rum? Ich mach noch ein bisschen mit. Keine Idee. Ich weiß nicht, aber bei den hinteren Blättert ja kein Beton ab, ne? Ja, die Kontrolle übereinsatzt die Läger. Aber den hier gibt man es ab, auf die ich gerade schieße. Ja. Ich weiß noch, wie viel man raufschießen muss. Gleichlich, aber da kommen übrigens viele mit dem Fallschirm über euch, ne? Lass du, ich meine, ihr scheinen feinlich an Handwerker zu sein. Ah, da hinten. Wie viel muss ich denn noch draufschießen? Jetzt habe ich alle RPGs, ich hatte draufgeschossen. Oh, hat es gereicht? Ja. Geil. Das donnert, oder? Ja. Nee, hat noch nicht gereicht. Schade. Ich dachte so nicht. Das klang gerade so. Klang so. Ja. Ich gehe mal zu B. Ich gehe mal zu B. Der ist abgesprungen, oder? Nee, ist er nicht hier. Das ist ein Video. Oh, der ist abgesprungen. Oh, er hat doch gereicht. Ah, okay. Ja, jetzt ruhe ich durch. Ich habe gerade keine Immunie mehr. Ah, ich trau mich irgendwie nicht hier stehen zu bleiben. Ach so. Ich will ungern den letzten Schall. Wenn er weiter runter trefft, war ich von mir. Ich fahre mal auf die andere Straßenseite und mach das von da weiter. Ah, da hinten springen wir schon ab. Warum kommt denn hier keiner mehr raus? Wo? Der etwas weiter links, bitte. Was? Wie konnte der das überleben? Ja. 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 Ich bin da hinten. Ja. 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 Ja, ja. Ja, da hast du. Ja, hier war gerade einer. Ich glaub, der war oben auf dem Dach. Ah. A wird auch. Jemand wurde gerade vom Feindlichenkommander als HZ markiert. Scheint, dass er jetzt gerade einzunehmen, ja. An der anderen Seite geht... Äh, nee, hat's geschafft. C ist weg. Wollt euch mal A, bitte. Vor uns, vor uns, vor uns. Das ist doch not, oder? Stürzt der Turm eigentlich? A ist irgendwie ganz weit weg von uns. Oh Gott, dann machen wir das. Hoppidi 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 hopp. Ja, gleich unten. Hier sind wir uns wieder. Oh, es wackelt. Ja, jetzt ist der Turm eigentlich, ja, ja. Ah, scheiße, ein paar konnten mal runterspringen, hab ich gerade gesehen. Konzentrier dich lieber auf A vor uns. Oh. Einsatzziel Alfa wurde gerade neutralisiert. Achtung, feindliche Rakete im Anflug. Wir fahren mal zu E.W.E. Hier vorne rechts da. Direkt hier. Okay, das war jetzt... Ich bin widerstandsloser und die holen schon wieder ein B. Oh, Panzer. Freier Panzer, freier Panzer, freier Panzer. Bleib, freier Panzer, bitte. Können wir grad nicht betroffen, was? Das ist halt nicht mein Tag, ey. Ich kann nicht mitnehmen, ich bin rein. Ich weiß nicht, ich hab irgendwie noch nie so richtig gut getroffen mit dem B. Eins, zwei, 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 zwei. Ist ja nicht schlimm, der Hedi hat uns grad zerlegt, weil er uns nachher schwimmen hat. Wieso hast du nicht volles Leben? Achso, das... Ja, der Hedi kommt grad zu euch. Ja, der Hedi ist grad hier. Dann... Ich hab nur was gegenden können. Oh, das kann nicht wahr sein! Oh, na klar. Jetzt wenn ich ein Stinger ziehe, ist er halt grad kaputt. Nee, das ist nicht wahr. Wie konnte ich das verfehlen mit dem S.W.E. Na ja, gut. C? C. C klingt gut. Wir sind immer noch irgendwie so oben auf dem Dach, aber das werden wir nicht überleben, wenn wir nur hochfahren. Lolo, schneller, 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 schneller. Da steht ja ein leerer Panzer. Da steht ein Attack-Boot. Oh. Das wird bestimmt nicht leer... bleiben. Jetzt aber sind hier Dali! Vorwärts! Okay, C sieht relativ leer aus. Ja, super. Oh, Silvia, das Attack-Boot! Geil! David, möchtest du fahren? Hm, wieso? Einsatzziel, Charlie! Wollen wir kriegen? Ja, dann wird's Zeit, dass du übst. Ne? Geben wir uns grad nicht so viel Contra. Yay! C ist unsers! Gleich weiter zu D! Oh, kriegst du grad einen Schuss? Wurde grad geschossen, aber... Vom Panzer irgendwo. Toll, ich hab einen Schuss abgekriegt, damit schon zesabelt, oder was? Ich hab Sichtkontakt zu dem feindlichen Fahrzeug. Östlich deine aktuellen Position! Ich kenne ihn da oben, oder? Oh, ich hab ihn getroffen! Und gesäbelt! Kommunikation! Und zerstört! Infies kommen auch an! Au! Hier kommt Infies! Oh, das kann nicht wahr sein! Oh nein! Der war noch genau! Gammt! Der ist immer noch hinten! Weint's ja gut, ist wirklich nicht so meins. Da wollen wir das fahren nicht. Ich hab einen feindlichen Heli in Sicht! Einsatzstil Echo wurde oberen! Ah, ah! Richtige Seite, danke! Oha! Was war denn das für'n Leck gerade? Irgendwohin irgendwie... Da ist er! Hab ihn! Nein, du hast ihn! Ja! Vor allem da gab's 230... Ah, der Typ lebt noch! Und das nochmal, danke! Nee, ich hab nichts weiter an! Festlich deiner Position scheint ein feindlicher Scharfschütze zu sein! Jetzt kann ich nicht, weil ich hier rumfahren kann! Hm, bis zur Brücke würde ich fahren, ansonsten nicht weiter dann! Äh, ich steig jetzt hier mal aus, okay? Dann kann ich nämlich hier rüber schwimmen! Oh, auf dem Dach bei D sind einige! Sehr schön! Heli hinter dir! Heli hinter dir! Heli hinter dir! Oh, der kriegt schon... Der ist down! Ah, unser Heli ist auf Zack! Das find ich gut! Ich hab ne... Ich hab ne... So, dann geh ich jetzt mal bei D rein! What the f... Das kann nicht wahr sein! Hammer! Ha! Kill-Serieaufgang! Oh, dankeschön! Ah! Hinter uns! Ich sitz grad links! Ah, ich kann den wechseln! Boah, weh! Was ist hinter uns? So, da sind wir schon wieder... Ah, so spitze! Oh, hier ist ein Panzer! Ey, A du! Da! Ich glaub, da kann ich nicht reinschießen! Da scheint ein feindlicher Panzer zu sein! Südlich deiner Position! Nicht wirklich! Ne! Meiner! Oh! Boah! Nein! Border, Border! Die kommen jetzt langsam rüber zu C! Von B! Ja, ich will jetzt aufm Weg zu B, um das wieder einzunehmen! Noch steh ich hier mit meinem Tankboot, also können sie gerne vorbeikommen! Naja, erstmal B eigentlich wiederholen! Aber hier ist grad nichts zum Abschießen, das ist grad echt langweilig! Hm! Ich hör nen Heli? Ja! Über B ist es unser Heli! Oh, da steht ein Panzer! Au! Oh! Ja, den sollte man mal sehen, ne? Boah, der Tankboot auf den Möpp ist echt langweilig! Ja, ich steig hier auch nur aufm drinnen zu B! Ja! Von mir wird nicht mehr was eingenommen, nicht mehr versucht was einzunehmen! Ja, wir rocken grad B ein bisschen! Wo steht denn der? Uh! Boah, krass, hier ist ein B! Ah! Icebike! Uh! Ich glaub ich hab hier grad drei oder vier Leute geholt! Da scheint ein feindlicher Panzer zu sein! Östlich deiner Position! Von da kommt doch einer! War einer markiert gerade da! Ja! Sind die unten drin, oder? Hilfe, ja unten! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hä? Okay! Jetzt wurde ich von drei oder vier Leuten Kleidself gelobt! Dann lass mal erst, Scheiße! Ja, ist hier gestorben! Dann komm ich mal wieder zu euch! Boah, wieso stirbt der nicht? Ist halt krass! Was ist hier los? Ich glaub ich hab ihn grad durch die Säule durch erledigt! Da sieht es so aus! Das finde ich super! Ich bin hinten auf der Hände! Da ist noch einer! Oh, das Attack-Boot wäre frei! Hä? Los! Der Attack-Boot ist frei! Oh mein Gott! Oh, der Rückwärtsgang in dem Teil ist so schrecklich! Ja? Ja! Da wollte sich einer anschwimm-schleichen! Hehehe! Anschwimm-schleichen? Ich hab's Lichtkontakt zu dem feindlichen Panzer! Oh, das ist keine wahrsehende ufremische TV-Missile! Oh, oh! Oh, fahr doch! Fahr doch! Da kommt ein Fahrzeug über die Brücke! Oh, Gott! Achtung! Einsatzstil Charlie ist jetzt unter unserer Kontrolle! Ich hab' einen einzigen Scharf schützen! Zugling, deine Brücke! Ja! Ist unter der Brücke noch einer, ja? Ja, 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 ja! Der kommt jetzt hoch! Der hat mich erledigt! Heli! 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 Danke! Heli! 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 Ich kicke hier rüber! Ja, ich sehe es! Ich brauche Heli! Ich hab' einen Heli erwischt! Hinten ist einer! Und down! Panzer! Der Hauptstase bei 10! Ja, ich komm' halt! Ganz viel Infils! Ich helf' euch ein bisschen! Hab' einen geholt! Hinten ist beide beschossen! Oh, hier kommen so drei Kinder! Nein! Nein, ich hatte noch vier! Oh mein Gott! Kommt von hinten! Jetzt kommen bei euch! Hallo! Ich glaub' unser Heli war! Wir haben Einsatz C-Delta neutralisiert! Ne, wie gesagt! Sieht gut aus! Ich hab' Sichtkontakt zu nem feindlichen Panzerjäger! Ist nicht deiner aktuellen Stellung! Ich hab' ein B schon wieder! Wir holen erstmal kurz C! Bei C ist noch weiter! Links von uns ist einer! Ich markier' euch da! Ja, links! Vor dir! Vor dir links, CB! Vor dir direkt! Ja, weil er ist down! Ansonsten ist keiner weiter dort! Nein! Hinter uns! Ah! Ich lauf' zu flackig! Ich nehm's ein! Keistische Rakete im Anflug! Ich wiederhole! Rakete im Anflug! Oh, da schießt der Panzer rüber! F, quatsch! Spike, vorsichtig! Da ist einer! Da ist einer! Genau der! Ich hab' den neutralisiert! Nein! 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 Ich hab' keine Munition mehr! Ich muss nachladen! Oh nein! Wie kann das passieren? Ich muss nachladen! Scheiße! Oh Gott! Der lebt immer noch! Ich brauch' Hilfe! Wir sind doch unterwegs! Naja, jetzt bin ich tot! Shit! Meine Güte! Ich hab' noch etwas erwischt! Nein! 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 Ich hab' den Panzerjäger! Südlichter der Stellung! Hinten kommt Panzer! Wir brauchen ein neues Kind! Erl, wie hab' ich getroffen? Erl, wie hab' ich getroffen? Erl, wie getroffen? Ach man! Schieß grad' nur daneben, ey! Das sind die Akäbs! Hallo, erl, 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 erl! Es ist markiert, es ist markiert! Es ist markiert, es ist markiert! Erl, 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 erl. Ist ausgestiegen! Ich bin tot! Ich seh, er fall' ich spät! Danke, das ist ein Infi! Nicht erstmal der vor uns! Oh, das gibt's doch nicht! Der auf der Blut-Anschaft? Hier! Och, Mann! Ja, und der Infi kommt auf mich zu! Und da kommt auch noch einer! Ab ihn! Sehr gut! Uh! Ja, da hinten kommen wir mal rein! Ja! Ein Ben-CB hebt uns alle rauf! Erl, ich brauch aber auch ein neues Kind! Boah, jetzt, ey, der ist schon wieder da, der Game Adrenalin, den ich geneift hab. Der rennt da schon wieder rum. Dass der da hinten rumrennt? Ja. Nee, nee, der rennt immer noch rum. Wo? Da, wo ich von, ähm, bei der Brücke, anfang der Brücke. Welche Brücke, B oder D? Ähm, B. Ja, links, 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 da hinten. Affen. Nice. Renn auf seiner Reiche rum. Danke. Hüpfe mal schnell auf Tiere. Hüpfe auf seine Reiche rum. Ah, ha, ha, ha. Huiii, ha, 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 ha! Ich bin der Name, Platz. Wir verlieren ganz C. Wir erreichen uns. Wir verlieren C. So wieder. Haha. Na wie kann, wir keinen zu supporten sind, na! Einsatz, Team Charlie wurde grade neutralisiert. Ich versuche es ein bisschen links. Oh ja, da. Ich nehm wieder hin, ja. Und das Loch. Guckt er auf mich zu? Nee, da kommt er auf mich zu. Nein, da möchte ich den Knife spielen. Falko, du Sau. Du kannst den Knife. Demütig ihn. Ich spring aus deiner Leiche rum. Der hat mir ja nichts getan. Ich will jetzt von keinem Stand mehr. Dann... Guck mal, was da drin ist. Auf dem Dach, auf dem Dach bei DS. Da ist ein feindlicher Panzerwagen. Festlich deiner Stellung. Achtung, unser Freund, den wir ähm... gemessert haben, der kommt bestimmt schon wieder auf. Oh ja, auf dem Dach gesagt. Oh, da. Panzer, Panzer, Panzer. Panzer, Panzer. Der C ist einer. Panzer, 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 Panzerbrücke, Panzerbrücke. Oh mein Gott, holen wir! Holt sich irgendeiner den. Hab ihn getroffen. Schönes Ding. Oder was? Ich glaub, er ist ausgestiegen, oder? Hast du den denn überhaupt getroffen, so wie der auf der Brücke steht? Huch! Ich hab keine Muhen mehr. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Oh, scheiße. Der holt alle weg, das kann nicht wahr sein. Wer ist denn da? Panzer, oder was? Wer ist denn da? Ja, auf der Brücke. Ah ja, da. Das kannst du nicht. Ah, so hast du den getroffen. Okay. Hm. Geht doch etwas schneller! Los jetzt! Hab ich keine Raketen mehr. Oh oh. Habt ihr einen ZD? Ja. Der ist aus... Okay. Feindlicher Heli. Ich will lieber einen freundlichen haben. Nee, gut nicht. Keinen freundlichen Heli. Ach so, los. Oh! Heli, 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 Heli. Hab auch gleich hier ne Munition mehr. Bei der Macht des Rückwärtsgangs. Oh, da unten steht einer. Die kommen jetzt von unten. Oh, der Heli ist rechts von uns. Was zum... Woran helg ich denn hier schon wieder? Oh, Mann! Hallo! Was ist das? Boah, was geht denn hier ab, ey? Die sind alle vom Dach von D, glaub ich. Sind sehr viele runtergekommen. Ja. Ja? Ja? Was ist hier oben? Da ist los. Wienerste. Huch! Hab ich ihn her. Frag mich auch gerade. Keine Ahnung. Heli ist auch in der uns. Wir rücken mal vor. Aha! Hier sind Slams und so weiter. Oh, ja. Oh, links, 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 ja. Die treffe ich nicht. Jetzt. Boah, fuck. Habst du das blöde Ding jetzt gesetzt? Nee. Jetzt. Huch! Was war denn das? Hör! Ja, ich komm hier nicht durch. Warte. Warte. Okay. Sorteck hat eine Feinsicherer mit dem Anflug registriert. Hier rechts irgendwie. Auf dem Dach oder hier vorne rechts? Das war auf dem Dach oben. Geht mal immer. Ja, irgendwas lockt. Wie geht denn das? Wollen der ist doch keiner. Ich werde auch Befehle. Der steht ganz oben auf dem Dach. Auf dem Rufhaus oder was? Hier vor uns. Wollen wir das hin? Ganz cool. Der Pfeiler wird sich durch ewig beschissen. Das war. Das war game with Remilie. Das ist es. Wir haben C verloren, wir verlieren B. wir haben nicht mal A. Gott, unser Team ist eigentlich gar nicht mal so gut. Einsatzstil Bravo ist verloren. E oder wohin? E. Hier ist ein Panzer? Oh ja, ist ein Panzer. Ja. Zwei sogar rechts und links, jeweils einer. Genau. Rechts. Und Heli. Gut, jetzt den links. Und Heli auch noch, aber... Bruder. Der Panzer kommt gleich hier vorne lang. Hier ist gerade einer mit dem Fahrstuhl hochgefahren. Oh Gott, ja. Ja, da waren ziemlich viele. Oh, wir haben alle Punkte verloren. Wir haben K.T. überrannt, ja. Wir haben Kontrollen bei Einsatz für Echo. Wieso haben wir denen ihre Homebase? Also... Weil wir die jetzt nur so lange nerven, dass wir... Ja, wir werden gerade ein bisschen überrannt, tut mir leid. Ja, von hinten, die kommt von D, gell? Nein, ich hab' ich was gerade genommen, warum ich jetzt in die falsche Richtung stand. Naja, woher sollen wir wissen, dass es dich in die Feindrichtung drehen soll? Ja, keine Ahnung, ich dachte, ich spawne in der Richtung, in die du auch gerade guckst. Jetzt bin ich aber gerade, warum ich mich abgedreht, um wegzurennen. Die kommen gerade alle, ja? Haben... Witziger Spawn hier. Hey, ich hab'n Kill? Wann hab' ich denn'n Kill gemacht? Das gibt's einfach nicht. Schade. Oh, hier kam Adrenalin, geht mir auf'n Keks. Lass mal D einnehmen hier. Diese Bastarde sind hier! Bereithalten, ich werde ihn erledigen! Ich hab'n geschossen, von der Brücke. Ist weg. Ich auch. Oh, tut mir leid. Warst du Medic? Nein. Ah, gut. Die Deckung! Feindliche Rakete im Anflug! Oh, komm, hier sind gleich ne Dings rein. Wir können übrigens bei E jetzt, äh, drauf warten, dass wir uns gleich die Innenfüße überrennen. Hinten sind sie, ja. Ich freu' mit unserem Kunden mal hier, wir warten mal hier. Wollen wir hier campen? So'n bisschen... Ja. Ich wusste's. Kommen sie da, oder was? Mist, nein. Klar, da kommt der Erste. Und der Zweiter auch noch. Naja, ist Cesar. Nein, 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 nein! Oh! Hast du dich erwischt? Nee, ich lebe noch. Oh, war zu viele. Wo kommt der denn hin? Ja. Es kommen noch ganz viele, mindestens vier. Oh, jetzt sind wir hier drinnen auf der anderen Seite. Cesar. Oh, und die haben eine schützende Wand verpackt. Ich denk mal toll. Stark. Oh, ich wurde geneift. So, wir haben zwei geholt nach dem Spawn. Und gleich gestorben wieder. Die Beacon ist aber noch gut. Ich lebe jetzt noch mal eine auf. Oh, warte mal. Hinter euch. Unter der Brücke. Auf der Brücke da. Und den. Der ist weg. Spike, alles okay bei dir? Ja. Der wollte mich wegpisteln. Das hat aber nicht ganz geklappt. Vorsicht jetzt hier links. Links, 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 links. Nein. Oh Gott. Falko, komm rein, komm rein, komm rein. Hilfe zählt als Kill. Juhu. Falko. Du hast eine Levy. B und A übernehmen. Wollte ich denn das nicht treffen? Wir sind ja schon längst... Ach nee, wir sind nicht bei B. Warum den B und A übernehmen? Hä? Ich bin grad ziemlich gut dabei, hier D einzunehmen. Ja. Ich stelle einen neuen Beacon auf. So, ich hab grad das Dach gecleared. Das ist deutlich gut. Ich muss noch nachfahren. Und jetzt wurde ich gekillt, weil das Dach noch nicht klar ist. Ach doch, aber auf dem Hochhaus stehen zwei Sniper. Oh. Zwei Panzer der Brücke. Oh. So hart. Ja? Nee, ist noch eine Levy hier auch noch. Oh, was? Hab's getroffen. Das versucht grad abzuhauen anscheinend. Wie konnte ich da gar nichts treffen grade? Da hinten ist einer. Oh, der rappt grad sein Levy hier. Oh man. Wie kann der das überleben? Gut, dankeschön. Das ist schnell durch den Panzer. Wow. Ein Panzer ist glaub ich hier runter gefahren. Ich dachte, da kommt man ja durch. Lol, der fährt hier den unteren Weg lang. Was? Willst du mich rollen? Der hat mich jetzt überfahren. Hihi. Und mich wird bis die Treppe noch hochgeschliffen. Was? Wie konnte der so schnell zweimal hintereinander schießen? Oh. Nein. Boah. Ich dachte, das wärst du. Nein, der ist wieder eingestiegen in den Panzern. Oh Gott. Ja, der hat mich grad gekillt. Ich dachte, das wär hier unser Samarion. Der ist ausgestiegen. Nein. Ich bin doch schon wieder hinter dir. Aber der ist ausgestiegen. Und da ist er auch. Danke. Ich dachte, ich krieg Spike noch hier. Mach mal den Panzern vorher hier. Kommt neuer Panzer. D. Also mach mal den Panzer voll. D wird's weiterschießen. Oh, der Panzer ist weg dahinten. Uh, Stress hier. D kriegen wir auch wieder. Dankeschön. Ich hab mit D. Ah, was ist denn Attack-Heli? Hast du jetzt gesagt, ne? Oh. Das ist wahrscheinlich auch in die falsche Richtung, ne? Ist der oben auf dem Dach, oder was? Ich glaub, der ist du. Hi, Falco. Hi. E-Liebe über C. Äh, niedrig? Ja, relativ. Ah. Verdammt. Ne, ich bin schon bei E hinten. Das ist, das ist grad nix mehr. Wir haben, wir haben gespielt. Huch. LLW links. Hinter dir kommt ein LLW. Ja, ich weiß. Ich dreh mich ja schon. Auf der Straße stehen wir. Oh, kümmere dich mal um die Infis vor uns, Falco. Ähm. Backele ich zu sehen? Ja, ein bisschen. Machen wir erstmal das LLW hier. Ist ausgestiegen. So, ist er nicht. Der liegt da, oder? Ah, er lag da. Links von uns. Ja, auf dem Dach. Gut. E-Gucken. Wehen, hoher. Ja, an der Seite. Ah, wovor? Da ist ja ein Attack-Boat. Oh, ich hab's dem... immobilisiert. Ah, ich seh' nicht. In der aktuellen Position. Oh, da kommt ein Panzer. Der liegt mit dem Panzer. Oh, von hinten? Genau. Ach da. Ja, ich seh's. Zeit vorbei. Hab ihn gehütet? Ah ja, der denkt, ich hock hier drin. Haha, der ist so doof. Der denkt, ich hock hier drin. Also, sie hockt zwar schon da drin, aber nicht da, wo er denkt. Überfallen, der ist hinter dir. Ja. Hab ihn. Ihr könnt euch den Panzer nehmen, wenn ihr wollt. Ah, von rechts hinten kommt ein LLV, wo der andere Panzer steht. Erste Stand. Wo seid ihr? Weil ihr hier. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Gehittet. Jetzt haut's ab. Feindliche Rakete befindet sich im Anflug. Oh. 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 Ähm. Machen wir mal sowas wie C oder, oder B? Ehm. Heli, super. Vor dir. Ah ja, ich seh's. Ähm. Was treff ich denn? Ehm. 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 B, C. Ehm. Ehm. Hockt der noch da oben. Den hatte ich... Gemarkt und gehabt. Der hatte mich noch leider zuerst. Ehm. 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 Bei C steht's der Tagboot. Ich komm mal. Oh, hier kommt einer. Hier kommt einer. Oh. So, wo genau? Boah, leider nur angehitet. Der ist gemarkt. Hab leider nur angehitet. Bei C ist der. Ja, ich seh den irgendwie nicht. Der ist reingerannt, wenn C. Ist das unsere Heli? Ja. Okay. Ja. Uns. Ist immer noch da der Sniper da? Ja. Bei C. Ja. Aber ich... ...wiss nicht wo. Der ist... Na. Ah. Auf dem Beetlecher. Die holen wir da gleich mal runter. Die Schweine. Ach. Habt ihr nie? Gehen? Ich sitz zum Heli. Fliegel vom Heli. Oder irgendjemand. In der Hoffnung, dass der etwas sinnvoll ist. Hinter uns. Jetzt unter unserer Kontrolle. Wollte uns einer vom Dach locken, oder was? Ich seh bei dem Beetlecher gar niemanden oben. Oh, da ist ein Panzer. Ja. Frisch gespawnt. Was war denn das? Ja. Pfff. Ah, nein. So. Der B-Sinn-Tries. Ja. Hab ich gesehen. Ja. Genau der. Der wird vielleicht jetzt sogar versuchen, hier links durch das Teil zu kommen. Da wusste ich's doch. Kannst du hinterher nennen? Nee, er ist wieder draußen. Doch, er guckt. Er kämmt die Tür. Er kämmt die Tür rechts. Jetzt kannst du. Jetzt kannst du. Pusch, 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 pusch. Shit. Der ist zu C rein, ne? Unten Brücke. Gehen wieder rüber zu C. Hilfe. Hi, Sibi. Ich hab zwei Leute weggeholt. Ach, ach. Sehr schön. Wir gucken mal zur Brücke hier drüben. Da hinten sind sie doch bei C, eh? Mh, muss noch ein bisschen B einnehmen hier. Nee. Ah. Wird auch nicht. Wir haben schon wieder A verloren. Mal schauen. Unglaublich. Ja. Hier, hinten fies. Oha. Waren auch drei, oder? A zwei. Okay. Gott, wir haben schon wieder so viel verloren. Wir verlieren die Runde noch. Auf jeden Fall. Rechts von uns, rechts von uns, rechts von uns. Auf jeden Fall ein bisschen getroffen. Oh, nein. Auf der Brücke, zwei. Wir haben Kontrolle über Einsatz, Ziel, Alpha. Hey, too much. Ja. Ja. Too much. Ich hab Sichtkontakt zu dem feindlichen Panzerjäger. Festlich deiner Position. Ja. Das stimmt. Was? Der hat noch einen! Der hat noch einen! Oh, der wird auf der Straße, wo wir gerade waren. Feindsruf, Hauptflugelang. Hab ihn geholt. Da kommt noch einer. Auf der Straße direkt vorne. Ja, ich seh's, ich seh's. Lass weg. Und der Brücke läuft gerade hier rein. Uh. Huch, wenn wir rasten wollen. Brücke sind sogar zwei. Ja. Aber vielleicht sollten wir lieber... Mach mal... Ne, macht ihr mal Brücke. Wir machen mal C gleich. Den hab ich unter der Brücke. Der andere ist drüber, also. C, 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 C. Ich bin hier alleine im EC. Ne, ich komm auch wieder hin. Du hast jetzt echt gute Hilfe. Ach so. Ach so. Wissen wir es nicht. Ach so. 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 Wir haben C schon mal gedreht. Wir haben C schon mal gedreht. Nice. Echte D weiter. Einsamsteel Charlie wurde erobert. Nehm die Beine in die Hand. Oh, wie kriegt man diese dritte Pansole wieder zu? Äh. Tilde. Hier kommen die Granatenfasardl! Juhu! Oh Fu! Ah, die sind blöde Pistol. Jetzt mal ernsthaft? Tilde? Oben bei B auf dem Dach sind's, ja? Davon, ne? Am Fluss. Am Fluss bei B. Fluss und Malt hast du nicht. Kruss und Malt hast du nicht? Ach so, nein. Ich meinte das Dach hier links neben der 1. Ja, das habe ich auch schon, darauf bin ich auch schon gekommen, habe das schon mehrmals probiert und da ging die scheiß Konsole nicht zu. Bei mir geht es auch auf und zu, man, jetzt halt mal nicht so, Aiko, Aiko. Ja, deswegen bin ich jetzt dort stehen geblieben. Vielleicht hast du einen Capslop drin? Nee, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Panzer links. I see. An alle, Einsatzziel Delta ist jetzt unter unserer Kontrolle. Ah, die Runde ist gleich geschafft, Gott sei Dank. Waren sie noch da? War ja anstrengend. Ja, nee, er rappt, er rappt gerade das Ding. Jetzt ist er wieder da. Weißliche Rakete im Anflug, ich wiederhole, Rakete im Anflug. Er schießt auf mich, obwohl er eigentlich auf euch schießen sollte, er ist ausgestiegen, er ist ausgestiegen. Ähm, ups. Das war ja jetzt ein Inti, der da um die Ecke guckt und kein Panzer. Das tut mir aber da nicht. Oh, er hat ein D schon wieder verloren. Nee, wir gewinnen fast. Östlich deiner Stellung ist ein Fall in der Schärmschütze. Ganz viele Snapper da oben. Einsatzziel Bravo ist jetzt unter unserer Kontrolle. An alle, Einsatzziel Charlie wurde neutralisiert. Was denn? Auf der Heli stand gerade auf dem Boden. Ist das denn echt? Ja, da hätten wir uns schön abschießen können, aber ich war zu langsam. Ja, der ist noch da. Was macht der für einen Quark? Keine Ahnung, dann probiert der ihn zu nehmen. Ich weiß es nicht. Oh, schön ist der. Boom. Sehr schön. Rausgesprungen oder nicht? Ja. Wieso kommt der in LRW gerade? Ja, ne. Komm, fahr zu, fahr zu. Enemy. Bam. Einige Slams. Was hat's noch überlebt? Oh yeah. Wir brauchen noch einen Treffer. Boah, Enemy hat mich vergehittet hier. Wir haben noch ein Ticket. Wie lange hält das denn? Sweet. Enemy. Jetzt. Boah, Hammer. So, ich mach es mal. Anstrengende Runde. Ja. Aber 4916 ist das am Mario. 4916? Schon gar nicht schlecht. Alter. Wie gesagt, hier sind wir reingelaufen. Na ja. So, ich mach mal kurz das Mikro aus. Bis gleich. Bis dann. Bis dann. Bis dann.